Ich bin Hallo, wo ich bin Ich bin hier machen muss Lauter um Hilfe schreien Warte ich komm ich bin in deinem Team Irgendwer hat mich hier abgedeutscht Ich bin tot Hier obert man den und stellt sich hin Ich hab keine Ahnung Wenn ich ganz ehrlich bin Ach, er war doch schon fast tot Wie kann man nochmal sprinten? Shift, aber sehr viel Sprint ist da nicht glaube ich Und vor allem wenn du sprintest kannst du erstmal richtig eine rein klatschen Auch als Ritter oder was? Ja Aber wieder mal Shift Aber als Ritter kann ich Was? Ja Boom Mit dem Kreuzschlag den Arm abgetrennt Kreuzschlag? Wie gesagt Naja ne also hier der hat er ausgeholt und dann habe ich einen ordentlich einen eingeschenkt Okay Was für ein Otto ist das von unserem Team? Weiß ich nicht Es sind teilweise keine Truppenmarkierungen, ne? Na achte Boah ich habe gerade drei Leute geschnetzelt glaube ich Ja Einfach ähm Blau Ist der Gegner Rot sind wir Also manchmal sind Also bis jetzt werden wir mir alle angezeigt Und wir müssen uns oben in den Eroberungskreis stellen Okay Okay So mir geht es mehr ums töten Aber ja ich versuche mal hochzukommen Hä mein eigener schlägt auf mich Ist der völlig verweichlicht In der Birne? Wir müssen jetzt piesacken Joes Wir knepeln ihn Ah Wie er wegrennt Irgendwas ist von ihm abgefallen Wärst du tot? Achso das ist mein eigener Stimmt Aber wir können ja nicht wirklich was einnehmen oder? Kann das sein? Dembewegt sich ja nichts Selbst wenn man hier drinnen steht Ich weiß auch nicht normalerweise Sieht das aber aus wie so ein Einnahmekreis Ich dachte oh man müsste hier aber Momentan hängt ja die blaue Flagge hier oder? Ne Ist ja auch komisch Ach Warte ich komme Chrissyboy Zack Oh Ach Das war der hinter mir Der hat mich aber auch fast getötet Kann man sich hier heilen irgendwie ne? Ach besser Alter wie rastet er denn aus? Ich glaube ich mal ich versuche mal eine steine Klasse zu nehmen Habe ich ihm gerade den Arm abgeschlagen Ganz dezent Nein Der Ritter ist halt Der Ritter ist halt Auch dazu Oder du musst Kills in dem Bereich machen Ist der Teufel Ja vor allen Dingen 90 Wir haben 90 Punkte voll Achso das sind wahrscheinlich Tode Oder war Kein Ostern Das ist Ich habe keine Ahnung Ich gehe wieder rot Ja ich bin normal mit Schwert Wahrscheinlich muss man das in der Zusammenstellung Ach Alter was trifft mich denn jetzt hier? Alter Er hat nur gewonnen weil er mich vorher nochmal getreten hat Er hat die Drecksau Vor allen Dingen einer schreibt Rush B wo ist denn hier B? Wahrscheinlich nur wirklich scharf Stimmt aus Counter Strike Für uns sieht es ganz gut aus Ja Ich glaube wir haben gerade gewonnen Jo Lassen wir hier oben rechts lang Ja ich bin jetzt mal hinter dir Klatschen Alter Von der Bäckern schlägt von irgendeinem Kameraden Was hier hat Tötet Oh der hat gerade den Helm verloren Ja Oh ich glaube ich habe mich gerade getroffen Nice Sehr gut Ich habe nämlich sogar mit eigenen abgesteppt gerade Schönen guten Abend Mach Micha Ich hoffe der Stream heißt es richtig War vorhin Ich habe es zwar eingespeichert Er hat auch gesagt er hat die Einstellungen übernommen Aber irgendwie hat das nicht getan Pindlewurst ist noch am Leben Ja ich glaube wir haben gerade verloren Oh 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 hier ein dicker Dicker typischer Morgenstern Tritt ihn! Tritt ihn! Nein Nein Ich bin tot Scheiße Schon wieder mein Eingang Du hast dreiener Zufall getötet Besser? Aber auch zwei andere Ich guck dir zu Schlage er sich wacker Oh nein Oh nein Da geht der down Da bin ich irgendeine abgeschmissen Keine Ahnung wie das geht Keine Ahnung wie das geht Wo bist du? Du bist wieder rechts Ich bin gestrüpp hier warte Aha Komm wir gehen hier links rum Links rum? Ja ich komme Da ist so gut wie keiner Da ist so gut wie keiner Und doch Ich hab die Prostituierte erwischt Das sind alles lang schwer Ich kann sagen Ah Ja Oh Einer ist tot Ja Du hast mich getroffen Da ist irgendein Schütze Ja Das Schwein Komm her Du bist doch aus Ich komme nicht über die Kante Ah er hat sich Nein Oh ich häng fest Oh ich bin tot Nein Scheiße Wie ist das passiert? Wie die Leute sich hier gegenseitig umbringen Oh wir haben gewonnen Ja Da ist der Trommelwirbel Das ist ein bisschen kalt gemacht hier gerade Los Lass mal wieder links gehen Das war irgendwie besser Oh Alter Mal abblocken Ihr Assis Du bist jetzt ganz alleine da Ja ja Ich warte noch Oh da kommt schon einer Durchdrehen Oh ich glaub ich hab meinen eigenen getroffen Ich hab einen erwischt Oh da ist noch einer Das sind Boden Ich glaub wir haben's oder? Ab der Mauer stehen noch welche Ja das müssten die Reste gewesen sein Oder? Ich hab den Trommelwirbel noch nicht Zwei sind noch Zwei sind noch laut Tabliste Nicht wo die abhängen Gott sei dank ist die Karte so groß dass das funktioniert Na ja ich weiß nicht wo die abgeblieben sind die Typen Ah 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 hier Verstecken sie sich im Wasser die Schweine Priester Also Ich glaub auch Okay Hier mal wieder links Jo Ja Michael der Zweihänder ist schon ziemlich lahm Aber teilt auch gut Schaden aus Und das ist das einzige Die einzige Klasse die einigermaßen ausgeglichen ist Von Schaden und vom Speed her Ich weiß auch nicht warum das Streamlust nicht übernommen hat Mit Seven Days to Die Ich hab's umgeschrieben Aber irgendwie Hat er es nicht geändert Es fließt einen alle nicht Ich weiß auch nicht warum Er hat's nicht abgespeichert So ich guck gleich mal Ob der hier unten wieder rumkrepet Klar Ha Du Drecksau Na klar Du Drecksau Ja Wie kann man auf dieser Karte nur in Bogenschlitzen spielen Also es ist Ja Von hinten Ja Oh das wurde dir gefallen Oh haben wir den gerichtet Schild in die Zange genommen Da kommt einer wieder nicht klar Hier auf unserer Seite stehen sie Zu dritt Wo bist du doch Chris Ich bin hinter dir Nein Der hat mich gepiekt Oh Ich konnte noch abwehren Schön von oben Da der Der andere rennt hier rum Ach sie wollen mich hören Ach sie wollen mich hören nicht Sie wollen mich kicken 3,5,5,5,8 ausschließen steht hier Ja ich seh's schon Delete Ihr habt äh Delete Ihr habt mit Nein Namen gestimmt Was ist mit den Leuten Was soll denn das Mal bescheuert oder Na ja Wann bin ich eigentlich gestorben Gut micha dann ist ja super dass du schon You should let your chair play at least Ich weiß noch mal Wie hier Mal wieder irgendwelche Einen scheiß Find ich gut dass der Tito jetzt stimmt wenigstens Dass er es im stream übernommen hat Ich hoffe auch das Spiel Ja das war aber aus dem Gegner Team Also keine Ahnung was der will Also manche die einfach nur wild durch die Gegend rennen Boah schön einem die Birne runter ich bin fast tot ich hoffe ich krieg jetzt vom eigenen noch mal eins eingeschenkt ja aber es machen sie immer zum runden ende wo bist du bei mir back ist sie den grünen pfeil überall im bild aber nicht da wo du bist ich glaube da ja du bist der einzige der keinen pfeil über das war nicht gegenseitig ablocken die leute hier das gefühl mir wieder drei mannen im rücken geschlagen vor allem hab ich schön noch dein pfeil hier im gesicht ich hab irgendwie noch zwei erledigt wir haben gewonnen ne würd ich sagen ach besser teamleader at me 15 kills willst du mich verarschen jetzt kommt bestimmt die nächste karte ja also ich spiele den dicken mit dem den ganz rechten mit dem langschwert und das ist irgendwie den ganz rechts ja ganz rechts mit einem langschwert wollen wir wieder rot gehen ja ja den ganz rechts mit dem übelsten arme ich habe eine dicke streitachs ne die ist aber scheiße weil du mit der nicht stechen kannst die stechkills sind hier die besten bis jetzt und die modifiziere ich da musst du M und dann auf die waffe klicken und dann auswählen das kannst du aber bei jedem charakter machen mitbekommen hat er es jetzt übernommen? ne ah jetzt beim nächsten tod dann die prostituier komm oh hast du sie beide umgeraucht? ne ich hab mal ingetötet jetzt wenn ich ehrlich bin ne ich glaub auch nicht boom mit der dicken streitachs in seinem bauch ja dann ganz schön schwinger ne aber ganz schön langsam ab mit dem kopf jetzt hab ich auch das lange schwert aber ist glaube ich auf der map nicht so cool weil natürlich hier viel geschossen ist so auf der anderen cooler ja aber wir müssen einfach nur rechts irgendwie vorbeilaufen bist du? ja bis auf über euch über dir hinter dir komm runter junge ach der wirft nen scheiß äxten ne halt auch auf drei hast du auch welche ach was ne ich hab nischt drei waffentypen müsste aber dass jeder hat drei waffentypen ist auch ne einhandspäule ich hab schon wieder zwei erledigt nein ich bin tot ähm agnorian das spiel hat heute nichts gekostet es war bis 19 Uhr kostenlos den dritten leider ist es jetzt ja schon nach 19 Uhr ne aber das war halt bis 19 Uhr kostenlos hab ich nur durch Zufall gesehen das war 2012 das spiel macht eigentlich relativ laune kacke manche sind es der Hammer naja du brauchst halt ab und zu mal nen glücklichen Schlag ne du bist der letzte ne one gegen one ich will dich nicht unter Druck setzen aber der traut sich ja auch wa ja der sagt genauso ja wie du es immer machst im real life ja naja äh sorry agnorian ich hatte über mich dran gedacht naja dann hab das gewinnen ich wollte es eigentlich noch teilen aber war dann schon ja ich war in der Uni und äh hatte noch keinen Zugriff mehr wie er dich provoziert roch ihn um geh auf ihn zu und drück F los drück F da kannst du ihn treten und deine das äh das orientiert seine also dann brichst du seine Verteidigung auf die geile Maske von Payday 2 ey spannender bitte hier schreiben sie schon Epic Fight nice das war nice hast du ihn noch geholt ja ich muss mal gucken ich hab heute also ich hab gestern schon bei Bernanette geguckt agnorian aber ich hab das Spiel jetzt nicht gefunden und musste man da irgendwie was also ich hab gesehen man soll irgendwie das teilen auf Facebook und so bei Bernanette aber ansonsten hab ich jetzt nichts gefunden mit gratis game oder so ich bin ich bin straight hinter dir ich werd geblockt mhm haha zack ah wer war das ich bin von hinten in den Rücken gestochen wenn du wenn du ne Zeit lang keinen Schaden nimmst dann fühlt sich deine Healthbar wieder auf ah ok das hab ich jetzt grad beim one on one geneigt deswegen hast du auch so lange durchgehalten ja ja schönen guten Abend Leo grüße dich komm mit und schein den lustigen Stil gibt's Leute das ist stattdessen wie haha ja das hat wirklich total immer die Waffe geil geil ist wenn die Leute dir den Kill weg klauen und immer noch Bild auf die Leichen einprügeln haha immer wieder rechts lang äh ja 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 ich hab keine Ahnung ich hab ne Keule auf der 2 ja und auf der 3 hast du die schon irgendeine Wurfdinger ach das ist ja auch ne Keule bei mir ne ist das bei mir ne normale Keule irgendwie auf der 3 müsstest du ne Axt haben du müsstest du werfen können dann muss ich nochmal einstellen alter ja den hat jemand abgeworfen zum Beispiel ne ja hab ich gesehen ich guck mal kurz bitte alle tot Streitkolben ok jetzt bist du im gegnerischen Team kann das sein ne ne ich nicht ich bin nur noch nicht gejoint ich hab nochmal Auswahl gedrückt aber ich kann da ich hab nur ein Kurzschwert da hm komisch sind die weniger warum sterben die immer wenn die fliegen hm das ist aber die schlechte Brüche zack von hinten wieder ins Kreuz geschlagen geiler scheiß oh der hat mich jetzt gut gemacht schön tut ja 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 ja